Schiff tu ran, sagste? Kann doch nix machen. Das ist bestimmt die Puppe, oder? Guckt ihr uns jetzt an? Ihhh, der Blick! Ihhh, ich hasse diese Puppe! Ihhh! Ihhh, ich hasse, ich hasse Puppen ins Spiel! Ich hasse Puppen ins Spiel! Du hässliche, du hässliche, widerliche Puppe! Ihhh! Ihhh! Puppen ins Spiel sind immer widerlich! Opa ist die Hartwurst! Der wird sich gleich umdrehen! Gleich dreht er sich um! Der dreht sich gleich um! Da ändern sich schon die Farben, der dreht sich gleich um! Gibt's hier ne Schreibmaschine? Gibt's hier ne Schreibmaschine? Gibt's hier ne Schreibmaschine? Oh ja, das ist SOS! SOS Morsezeichen! Ja, ja, ja! Als ob die Puppe SOS morst! Ernsthaft? Ich... Die sieht so gut aus, die Puppe, ne? Die ist so furchtbar! Einmal mit diesem offenen Maul! Die ist so widerlich! Die ist so ekelhaft! Äh! Muss ich da irgendwas machen bei der Puppe? Soll ich vielleicht den Lichtschalter mal umlegen? Die fuckt sich bestimmt ab, wenn ich nur umschalt... ... ... ... ... ... Was sind jetzt schon wieder... ... ... Das Radio... ... ... ... ... ... ... ... Hatten wir überhaupt ein Radio? Habe ich denn ein Radio gesehen? Oder war das im anderen Spiel? Ich weiß gar nicht mehr! Langsam vermischt sich alles in meinem Kopf zu einem Brei! ... ... ... ... ... ... Ich mach nochmal hier! ... ... ... ... ... ... ... We Loves Oder Hartwurst, ich bin mir nicht ganz sicher Das ist aber kein Blut, ne? Das ist, äh... Das sieht aus wie ne Masse Das sieht einfach aus wie ne Masse Wo ist denn hier ein Radio? Ach, da war das Radio Na Puppi? Ne lass mich bloß in Ruhe, Safing Ähm Ähm Ähh Ihh Ihh, was war das denn? Ich geh hier nie wieder raus Was zum Teufel Da bleib ich lieber bei der hässlichen Puppe Ihh 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 Das ist, das ist ein Ohr da drin, ne? Ein Ohr und ein Finger und 234 901 Ihh 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 Licht. Ach du Schnauze, guck mich nicht so an! Wo finde ich denn jetzt einen Hinweis darauf? Ich muss die ganze Zeit immer noch pinkeln, ne? Ich wollte es nur sagen. Ähm, was? Okay. Es ist sehr schön, dass da dieses Symbol ist. Äh, kann ich mir das merken? Ich weiß es gar nicht. Oben zu, unten offen. Alter! Ohohohoho! Was ist...? Ähm. Also, dieses Spiel ist nur unbehaglich, ne? Das ganze Spiel von vorne bis hinten ist einfach nur unbeha- Und jetzt. Hä, man kann die Dinger gar nicht erkennen. Ah ne, grün, das ist grün. Man kann die Dinger nicht erkennen, weil die so leuchten. Oh nein. Oh Gott, ey, leck mich am Arsch. Ich will da nicht raus, ich will da nicht raus. Es ist zu spät dafür, man. Ich kann hier gar nicht, ich kann gar nicht mehr raus. Es geht gar nicht mehr weiter. Okay, du Mistviech. Wo ist die ganze Scheiße? Gelb ist ne Büroklammer. Gelb ist ne Büroklammer. So, gelb ist ne Büroklammer. Ich hoffe, das ist richtig. Das untere, nicht das obere. Bin mir ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. So. Na, du Schnufel. Hier wurde es gerade rot, kommt da noch ein anderes Zeichen, wenn es so rot wird. Gromkist, nein, das brauchen wir nicht. Okay. Buch aufschlagen geht auch nicht. Hinterm Hemd. Gitarre spielen vielleicht. Blau ist ne Hütte. Blau ist eine Hütte. Ja, es fehlt nur noch rot, ne? Es fehlt nur noch rot. Puppe untersuchen geht nicht. Hier war vorhin rotes Licht, aber ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich hab eigentlich nur rumgeguckt. Papier runterziehen geht auch nicht. Okay. Ähm. Oh! Oh, 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 oh. Ist ein Dreieck einfach, rot ist ein Dreieck. Ist natürlich die falsche Reihe. Als ob. Aber ich hab doch alles richtig gemacht. Gelb war die Büroklammer, ne? Oh, okay, warte mal. Oh, warte. Jetzt aber, okay. Bisschen wirr. Das sieht immer schlimmer aus. So, darf ich auch mal als nächster? Ich müsste halt echt Lulu. Ich muss ganz dringend Lulu. Könnte ich vielleicht... Die Haare sind stylisch, ne? Guck mal, die Haare. Super stylisch. Das ist nicht Opa, nee. Ich glaube, Opa schleicht hier... Oh, um Gottes Willen. Ich glaube, Opa schleicht hier noch durch die Gegend. Vielleicht geht die Tür hinter uns zu, ne? Ja, natürlich. Ah. F. F für Respekt. F. F. Tja. F. Let's play Reise nach Jerusalem. Da, das ist durch ein Problem. Den 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 der den 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 den, den 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 den. Okay. Was mach ich denn mit dem... Mit dem F kann ich nichts machen, ne? Ich komm hier auch nicht raus. Schatten irgendwie ausleuchten geht auch nicht, ne? Wir haben ein F, wir haben ein Seil, wir haben einen Stuhl. Der Mann hat bestimmt Angst vor uns. Ja, das kann sein. Hörst du es? Hörst du es? Das war ich nicht. Jemand hat meine Taschenlampe ausgemacht. Das war ich gerade nicht. I buried him in Concrete. Ich habe ihn in Zement vergraben. Ich gehe da jetzt hin. Ich mache, wie da steht, ne? Das war ich nicht. Ich habe die nicht eingeschaltet. Okay. Oh, fuck. Boah, mir geht es nicht gut. Ich muss normal machen, ne? Von vorne, glaube ich. Ich gehe zu ihm in Total Darkness. Oh, shit. Ich wollte eigentlich zur Küche. Ich bin zu früh abgewogen, glaube ich. Ich gehe nicht. Ich mache ihn nicht. Er mag Licht. Oh, wirklich? Okay. Ah, Omi-Line. Der ist so widerlich! Oh, ist das ekelhaft! Der ist so widerlich einfach. Okay, wir müssen nochmal, ne? Wir müssen jetzt nochmal nochmal in Dunkelheit. Ich hoffe, wir kriegen den. Und da ging die Taschenlampe von alleine an. Okay, ich glaube, ich war hier falsch. Ich glaube, wir müssen ins Wohnzimmer, ne? Ich glaube, wir müssen ins Wohnzimmer. Oh, Alter, ich will das nicht mehr. Okay, gut, warte. Hallo, Opa? Kannst du nochmal? Korps? Ist der hier? Ist der hier? Und dann geht die Taschenlampe wieder an. Ich verstehe es nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wo wir hingehen sollen. Vielleicht aber schneller? Na, es ist dunkel. Ich kann so schnell nicht. Na, lugt er wieder? Zum Glück nicht. Oh, das weiß ich jetzt aber nicht. Go to him aber nicht, oder? Sondern wahrscheinlich zu dem... Ne, da müssen wir hin. Hört ihr was anderes als ich vielleicht? Also... Hat jemand von euch Surroundings oder sonst irgendwas? Oh, ist das kalt gerade. Oh, hier ist Fenster offen und hier ist richtig kalt. Das hilft nicht. Hab die ganze Zeit Gänsehaut. Warte. Ich bin direkt in die Küche gegangen. Oh, da ist der Kühlschrank. Haushihe. Versteh ich nicht. Ich... ich versteh es nicht. Ich versuche wirklich zu ihm zu gehen, aber... es ist halt echt schwer. Jetzt die Taschen haben wir von alleine ausgegangen, ok warte ich probier nochmal Ich orientiere mich nur in den Fenstern, rechts, ja ja aber Ach man Bin doof, ich hab F gedrückt, wollte ich gar nicht Der hört sich halt nah an, aber ich geh halt hier hin, aber wenn ich in die Küche gehe ist falsch, wenn ich ins Wohnzimmer gehe ist falsch Wo kann der sich denn sonst Verkraucheln Ja ja, an der Decke tropft es aber da können wir nicht aufschließen leider, da fehlt uns der Schlüssel Können wir mit dem Kollegen hier noch irgendwas machen? Hat er noch einen Schlüssel dabei vielleicht? Aber schön wie sauber das Klopapier hier noch ist, ne? Das finde ich halt schön Er selber völlig verrottet, hat der einen Schlüssel im Auge oder irgendwas? Gar nichts, nichts dabei Tja, ich weiß auch nicht In die Abstellkammer Wo war die denn nochmal? Hier rein, also in die hier meinste? Da kommen wir nicht ohne weiteres rein, ne? Da müssen wir die Tour im Dunkeln öffnen Das wird schwierig, weil wir müssen davor stehen Und ich sehe nichts Und ich sehe nichts Ah, probieren wir nochmal Go to the voice in total darkness Okay Wohnzimmer Küche Oh 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 Alter, willst du mich verarschen? Die Lampe habe ich nicht angemacht Das war das Spiel wieder Man hört es halt, links kann ich in der Abstellkammer sein Genau die Tür im Dunkeln öffnen Das Problem an der Tür ist, ich muss irgendwo an einer bestimmten Stelle stehen Und zwar hier, sonst komme ich da nicht rein Und ja, da hat jemand gesungen Ich glaube Irgendwie sowas Eventuell der Stimme nachlaufen Das habe ich schon probiert Aber irgendwie, ich krieg die halt einfach nicht Das war ich auch wieder nicht Die Taschenlampe geht manchmal random an und aus Ich krieg die Stimme einfach nicht Das Problem ist, weil der Ranzratter noch nicht hier war Hab ich leider immer noch Monosound auf den Kopfhörern So schlimm ist die Lage Ich lauf also immer dahin, wo die Stimme lauter wird Hier ist sehr nah Ich bin im Schrank Jetzt bin ich wieder raus Jetzt bin ich im Schrank Links Ich guck mich nicht mehr weg Hier ist halt sehr laut Oh Gott, ich hab Gänsehaut Ich komm hier nicht mehr weg Hallo? Weil ich die Tür geöffnet habe, kam ich nicht weg Die Tür oben krieg ich nicht auf, wo es rauskropft Da steht immer closed Hier ist das Wohnzimmer, hier ist der Spiegel Hier ist das, ne? Aber... Hört sich nach oben an? Aber oben ist nichts Oben ist die Fleischkiste aber sonst Falsches Stockwerk Direkt vor mir ist die Küche Da waren wir schon ein paar Mal drin Ändert sich das Sound Während du die Maus drehst Oder bleibst mit dem linken Ohr Okay Ranzi Was an Mono hast du nicht verstanden? Es war kein Witz Es war kein Witz Es war kein Witz Oh, ich glaub der Ranzrat ist da Ich mach mal auf Also ich verstehe nicht, wo wir hin sollen, wenn ich ehrlich bin Ich hab keine Ahnung Wir haben jetzt die ganze Wohnung abgeklappert Aufs Oma-Bild Wir standen auch schon Die Tür im Dunkeln haben wir geöffnet Wir haben sie auch wieder geschlossen Wir waren im Vorrats Also hier in diesem Raum Da waren wir drinnen im Dunkeln Hab ich sogar noch gesagt Und ich hab's gezeigt anhand des Fensters Wir sind nämlich hier so reingewandert So So gut es eben ging Weiter geht's eh nicht Wir waren hier drinnen Bei der offenen Eingangstür waren wir auch schon He doesn't like light Ja, ja, der arme Mh Halt, noch nicht Okay Ich geh zur Fleischstür, ja? Wir waren da aber schon mal Wir waren da aber schon mal Warte Ich muss den Flur finden Der ist hier Hier ist das Wohnzimmer Man erkennt's am Fenster Das nächste Fenster ist die Küche Hier Jetzt ist rechts von uns das Fleisch Die Fleisch-Dingens Ich sehe sie nicht, aber sie müsste genau jetzt rechts sein Ton ist links Hier waren wir letztes Mal auch vor dem Spiegel Hier war es am lautesten Aber hier ist einfach nichts Soll ich hier mal die Taschenlampe beim Spiegel anmachen? Das Bild safe Es könnte auch das Oma-Bild sein Aber schon sehr spezifisch Ich stehe vor dem Oma-Bild Safe die Wand neben dem Mantel links Ich find's gut, wie viele Leute das Wort Safe gerade benutzen Jetzt bin ich ungefähr beim Mantel hier ungefähr Ich hab keine Ahnung, wo der ist, ganz ehrlich Safe im Haus Ist ein Safe im Haus? Da ist Geld drin? Nein Ich war genau am Mantel Der Mantel ist genau vom Spiegel Okay, ich war an der Tür Nee Jetzt mach ich mal Ich hab eine Frage Hear voice Hear sounds from the dark Hear voice Go to the voice in total darkness I buried him in concrete Ich hab ihn in Zement eingegraben Oh cool, danke Oh cool, danke Wir stehen vor dem Wohnzimmer Ich bin vor dem Teppich im Wohnzimmer, da können wir nichts machen Bin im Wohnzimmer, bin im Wohnzimmer, ich geh wieder raus aus dem Wohnzimmer Warte mal, ich mach kurz wieder Licht an, ganz ehrlich Warte mal, ich mach kurz wieder Licht an, ganz ehrlich Hier, ich war im Wohnzimmer, ich hab's euch gesagt Ich war gerade so oft Junge built Meanwhile Wuau Okay, alles klar Folge der Stimme und da passiert einfach gar nichts Da passiert nichts Folge der Stimme Folge der Stimme